Amerika ist ein Land mit sehr vielen Gangs und so war es schon immer. 213 ist die Telefonvorwahl der großartigen Stadt Los Angeles, wo jenseits der schicken Welt der Stars berüchtigte Gangsterbanden Krieg führen. Auf den Straßen, in den Gefängnissen und vor allem mit sich selbst. 213, das Gangprojekt, erzählt einige ihrer Geschichten. Was geht? Mein Name ist Sohn aus Pasadena, geboren und aufgewachsen. West Coast, du weißt. Man nennt mich Chaco. Ich bin Ex-Gang-Mitglied der mexikanischen Mafia aus der 18. Straße. Bei uns geht's nicht um Drive-By-Shootings und so was. Jetzt geht's um Geld, Drogen und Macht. Ich bin Grumpy aus Lancaster, Kalifornien. Nazi Lowrider. Mr. Cholo, Westside BTLS Gang 213. Man nennt mich Puppet. Puppet aus Dogpatch. Mein Name ist Tangerine. Ich komme aus Inglewood. Inglewood. Ich bin Sarah, die arische Prinzessin. In dieser Straße verbündeten sich 1972 ein paar junge Afro-Amerikaner von der Pyro-Street-Gang mit anderen kleinen Gangs und nannten sich Bloods. Die Bloods waren den Crips zahlenmäßig unterlegen. Also bewaffneten sie sich und setzten die Schusswaffen gegen die Crips ein, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Niemand hat genau mitgezählt, aber man sagt, Crips und Bloods haben 15.000 Menschen ermordet. Dies ist die Geschichte von Zone. Zone ist, was es ist. Zone gibt's überall. Gefahrenzone, Parkzone. Ich bin überall. Blut ist rot, also müssen wir rot tragen. Project Gangster, das bin ich. Das sind meine Leute, die hier abhängen. Wir Fucks, ich meine, wir sind immer hier. Das ist unser Alltag. Hier hängen die Gangster rum. Wallern rum, dealen, machen Babys und all so'n Scheiß. Also ich bin Zone, das ist mein Nigger-Problem und das da ist Little C. Siehst du die Homies da? So treffen wir uns. Wir treffen uns mit den White Tees und dann geht's ab. Das machen wir für unser Viertel, weil wir bringen die Dinge hier zu Ende, wortwörtlich. Was geht, Großer? Wieso gehst du nicht ans Telefon? Scheiße, Nigger, irgendjemand hat mein Telefon geklaut. Mann, mach ihm klar, wer du bist. Ich bin Steve Drew von der West Side, der besten Seite, echt. Wir sind hier draußen, machen Business, rauchen ein. Ich mach nicht zu viel, weil ich warte nur auf die nächste Pussy, die ich knallen kann. Ich will ja niemanden in Verruf bringen, aber ich kenn kein Viertel, das aktiver ist als wir. Von den Kleinen bis zu den Großen aus der Hood. Von den BGs zu den YGs oder den OGs. Ich kenn kein aktiveres Viertel als Pasadena. Alle wissen, worum es hier geht, was man auschecken muss. Jeder weiß das. Mann, Schießereien, Faustkämpfe und über die Schulter gucken, Tag für Tag. Mit sowas hier im Rucksack weiß ich genau, was ich mach. Project Gangster 17, 17, 17. Mit sowas hier im Bein. Wir schießen immer noch zurück. Squats, ihr kriegt das hier. Crabs, ihr kriegt noch das hier. Hier haben wir die Squats fertig gemacht, verstehst du? Die haben das ganze Blut weggewischt und so, verstehst du? Hier haben die Squats den Arsch voll gekriegt. Voll auf Angriff, Mann. Ich mein, diese arrangierten Kämpfe, Nigga. Du willst kämpfen? Dann geh in den Park, Nigga. Von Mann zu Mann. Du willst kämpfen? Mach ihn fertig. Mach ihn alle. Das hören wir jeden Tag. Checkst du die scheiße, Homie? Das hören wir jeden Tag. Sowas passiert hier jeden Tag. Wenn du das nicht hörst, dann denkst du, hier stimmt was nicht. Das ist echt. Du in Frieden für alle Homies. Big Gene, Little Gene, Nigga Corey, verstehst du? Macho. Big Macho, Nigga. John Bird, Nigga. Auge um Auge, Farbe um Farbe. Sitzen da oben mit Park und trinken ein bisschen Hännis. Verstehst du? All die Homies, Scheiße. BAA alle. Die Polizei hat BAA ausgeschaltet, verstehst du? Mich kriegt ihr nicht, Motherfucker. Das ist J-Gang, 7-5 von Nigga. Black Flag den ganzen Tag. Sohn hat's gesagt, Motherfucker. Hier hat jeder seinen Scheiß daran geklatscht. Persidina ist eine dieser Städte mit der höchsten Mordrate, der höchsten Rate ungelöster Mordfälle. Das ist alles hinter diesen Bäumen, du siehst nichts als Bäume. Es ist eben das hinter diesen Bäumen, was Pasadena so verrückt macht. Ich bin wie der Sensenmann. Sohn, wenn man das Set wegstreicht, bleibt One, immer noch die Nummer Eins. Ich bin wie Neo, immer in der Matrix. Immer. Die Doctown Reefer Gang wurde in den 1890ern gegründet, in einem von konkurrierenden Eisenbahngesellschaften geprägten Viertel. Die Stadt wollte die Gang vernichten und demolierte ihre Häuser. Aber das scheiterte kläglich, denn die Doctown Reefer zerfielen mehrere kleine Gangs, die im Laufe der Zeit immer größer wurden. Hispanoamerikaner verbündeten sich mit frisch Eingewanderten und bildeten eine organisierte Mafia, um Macht zu konzentrieren und Geld zu machen. Das ist die Geschichte von Chaco. Ich sitze nicht wegen Morde, sondern weil ich Leute erschossen habe. Das ist X V3. X für 10, V für 5, das sind römische Ziffern, und 3, das macht 18. Das habe ich mit 13 stechen lassen, tat scheiß weh. Das ist die Gang in L.A., die Leute für die mexikanische Mafia rekrutiert. Wir beliefern Drogendealer, wir ziehen die Abgaben ein, wir leiten Gelder zur mexikanischen Mafia weiter. Wir haben bei uns Ärzte, es gibt hier Leute, die Anwälte sind, und es gibt bei uns auch Typen, die einfache Soldaten sind. Sie töten eben, man gibt ihnen einen Auftrag und sie töten. Es gibt Leute, die Skrupel haben bei der einen oder anderen Sache, die übernehmen dann eben die Organisation und das habe ich gemacht. Ich war ungefähr 10, als wir hierher gezogen sind. Ich bin halb Koreaner und halb Mexikaner. Ich bin in der 6. Klasse. Was für Noten hast du so? Ich? 2'n und 3'n. Ja? Manchmal eine 1. Und wo hast du eine 1? Buchstabieren. Die Kids haben mich jeden Tag verprügelt, aber ich war nicht feige und habe mich gewehrt. Der ist mutig, den nehmen wir in die Gang auf. Dann haben sie mich wieder angesprungen, aber diesmal ernsthaft. Danach haben sie mich umarmt. 1, 2, 3, puto! Ich bin auf der Straße mit älteren Typen aufgewachsen. Die zeigten mir, wie man mit Drogen verkaufen und Straßengeschäften Geld verdient. Meine Familie war ziemlich kaputt. Ich hatte sonst niemanden. Und so kam Geld rein. Schöne Autos, schöne Klamotten, haufenweise Geld, jede Menge Drogen, jedes Mädchen, das ich wollte. Das war cool. Die großen Homies von der Mafia sagten, holen wir uns 18 Typen und machen einen neuen Laden auf. Wir holen uns die berüchtigsten Mörder und schlauesten Kids dagegen, die sich auf der Straße auskennen und ein bisschen raffinierter sind. Mal sehen, was da geht. Und so gründeten sie eine Gruppe namens Columbia Little Cycles. Ich bekam vier Blocks von der dritten zur sechsten vom Westlake bis zum Alvarado-McArthur-Parkbezirk. Ich bekam diese Grenzbrüder, Ausländer ohne Green Card, illegale Einwander. Hör mal zu, hey Mann, du bist ein Illegaler, stimmt's, du brauchst einen Job? Ja, ich bin Bauarbeiter. Nein, nein, hier ist eine Tüte Dope, du machst das so. Und so viel will ich für jedes Piece. Ende der Woche bezahlst du mir so und so viel. Du kannst 200 bis 300 Dollar am Tag mit Straßenverkauf verdienen. Ihr gebt mir 500 Tacken pro Woche, das sind 1000 pro Straße. 4000 Dollar. 500 Dollar für die Maturistas, das sind die Großhändler, die ihnen die Drogen liefern. Das sind nochmal 2000 Dollar. Ich mache also 6000 Dollar die Woche. Stell dir das mal vor, ohne Highschool-Abschluss. Und die Hälfte gab ich der Mafia, weil sie mir das alles ermöglicht haben. Nur durch sie hatte ich die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen. Kein Kind würde sich da weigern. Dann hatte ich noch meine kleinen Soldaten, meine Kumpel, die jünger waren, 15, 16, 17. Die haben Waffen gekriegt und der Kerl hier will seine Miete nicht bezahlen, ihr müsst ein Exempel statuieren. Und die machen ihn fertig. Erschießen ihn auf der Straße. Danach hatte ich keine Probleme mehr mit diesen Grenzbrüdern. L.A. grenzt ans Meer und die Wüste. Die Wüste ist ein Ort für Leute, die in Ruhe gelassen werden und mit ihresgleichen nach ihren eigenen Gesetzen leben wollen. Mit dem Glauben an Gewalt, Metamphetamine und die Überlegenheit der Weißen. Die Nazi Lowrider Gang wurde in den 1970ern von der arischen Bruderschaft für ihre jüngeren Kameraden gegründet. Es gibt zwei Voraussetzungen für den Beitritt bei den Nazi Lowriders. Erstens Gefängnis, zweitens Mord. Das ist die Geschichte von Grumpy. Wenn du mich nur nach meinem Gesicht beurteilst, dann bin ich zur Hälfte ein Teufel. Und ich glaube eigentlich, das stimmt zum größten Teil. Ich habe einen Mann getötet, war eine Hinrichtung, hier in Lancaster. Meine Verhörprotokolle sind simpel. Ich war's. Tut, was getan werden muss. Der aggressivere weiße Mann kam ins System und genoss es, gegen Neger zu kämpfen. Verstehst du? Das ist es, was wir machen. Das erste Mal, als ich zusammengeschlagen wurde, weil ich weiß bin. Das hat mich aufgeweckt. Ich wusste, entweder passieren jetzt noch schlimmere Dinge oder ich fange an zu kämpfen. Ich bin viermal niedergestochen worden, hab sechs Männer getötet. Man hat mich zusammengeschossen. Hier, das war eine Mini-14 bei einer Rassenausschreitung. Es gibt an jeder Ecke Crack-Süchtige. Die kleben das Zeug an einen Stein, es trocknet und dann rauchen die das und fallen um, toter als Mausetot. Aber in puncto Unrechtestum, weißt du, das ist schwer zu glauben. Weil das sind, das waren engagierte, willige Mitglieder. Verstehst du, man wirft einem Soldaten nicht vor, einen anderen Soldaten erschossen zu haben. Und sechs Opfer, das sind nicht so viele. Ich bin im San Fernando Valley aufgewachsen. Dort leben vorwiegend Hispano-Amerikaner. Skateboardfahren war für mich lebensgefällig. Das ist ein Land, das Land ließ dich. Das ist ein Land, wir wiede зат recherche tagged. Das ist ein Land, wir wurdewig von nun malких rett bekommen. Und die Kraft zu Nos striftern sind stellvertretaye. Das ist ein Land, wir tangledenotherapy. Das ist ein Land, wir skilled und we� Campuseln paleand. wir ist eine neue Freunde Gerwart! Hier lebten die Ureinwohner der Tongva, als die Spanier Los Angeles 1781 gründeten. L.A. wurde 1821 mexikanisch und dann 1848 amerikanisch. Für viele spanische Gangs sind Gesetze, die Mexiko von Amerika trennen, rassistisch und sie benutzen die Grenze, um das Gesetz zu umgehen. Ein wahrer Gangster ist nicht seinem Land gegenüber loyal, sondern seiner Gang. Das ist die Geschichte von Mr. Cholo. Mein Dad hat wegen Mord gesessen, in Mexiko. Big Top Locotes Sorrenos 13. Das ist mein Barrio. Locotes bedeutet verrückt. Die verrückten Typen. Hier ist, wo meine Gang lebt, die West Side. Also viel Spaß bei der Tour durchs Ghetto. West Side, Baby. Da drüben, das sind meine Feinde vom Echo Park. Fuck Echo Park, verstehst du? Die Idioten. Hier, das ist unsere Seite. Und die da drüben, das sind die Arschlöcher. Die haben mich angeschlossen. Darum scheiß auf die Motherfucker. Ich hab ein paar gute Soldaten verloren wegen der Putos. Da drüben sind die Fake Teens. Und da ist Tempax. Scheiß auf die Trottel, Scheiß auf die Wichser, alles meine Feinde. Ich leb mein Leben hier. Rauchen, rauchen, rauchen. Verstehst du? Das ist mein Barrio hier, mein Viertel. Scheiß geil. Hier wird eine Menge Dope geraucht. Das ist der Anfang vom Ende für viele Gangmitglieder und Straßenleute. Genau da, ja. Ich mach nur Fotos von dagegen, weißt du? Ich will nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Oh, in Friedenbiber. Ein gefallener Soldat. Ist genau hier gefallen. Aber weißt du, es ist alles gut, verstehst du? So ist das Leben. Soldaten sterben und ironischerweise ist das hier eine Drogenverseuchte Gegend im Barrio. Genau neben einer Kirche. Wir haben alle möglichen Drogen genommen. Man muss auch vorsichtig sein, weil manchmal haben die Wichser eine Waffe und wir hatten damals keine Waffen. Und die Scheiße passiert, wenn du am wenigsten damit rechnest. So ist es, wenn du am wenigsten damit rechnest. Darum habe ich den Homies gesagt, sie sollen woanders hinziehen, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Also nochmal, das hier ist die Tour durchs Ghetto. Durch die Westside, Baby. Was war das für ein Auto? Es war ein nagelneuer scheiß Mazda, Homie. Die fahren an mir vorbei. Der Idiot ging ans Telefon, dann lässt er eine Tussi auch fliegen und so. Also ich weiß nicht, wer das war. Schwarze Gangs hassen mexikanische Gangs erbarmungslos. Wir haben für die aber auch keinen Erbarmen. Wenn es um das Rassending geht, fick die Nigger. Klar, fick sie. Wenn du respektlos bist, schieße ich dir eine Kugel in den Arsch. So einfach ist das. Einer meiner Homies, Happy, wurde vor zwei Monaten getötet. Unentfremdheit. Und er wird niemals in Vergessenheit geraten. Nie. Er wird immer bei uns sein, in unserem Geschichtsbuch. Der amüsante Teil war der Gegenschlag. Den haben wir es gezeigt. Ich persönlich habe es denen gezeigt. Ich bin ein paar Mal angeschossen worden. Und ich habe immer eine Kuete dabei. Das ist eine Pistole. Kuete ist eine Kugel. Die Leute sagen, die Kugeln töten. Man sagt, Kugeln töten. Nein, das macht der Mensch hinter der verfickten Kugel. Das ist ihre Absicht. Was immer ihre Absicht war, ich gehe nicht näher auf die Psychologie dieser Scheiße an. Aber es kann überall in L.A. County passieren. South Central, West Side, East L.A. In einem der Täler. Du brauchst hier eine Scheißwaffe, verstehst du? Und die muss immer geladen sein. Das ist meine 45er. Ich bin immer bewaffnet. Immer. Manche Leute sagen, das ist eine Massenvernichtungswaffe. Ich glaube, das kommt auf den einzelnen Menschen an. Der ist eine Massenvernichtungswaffe in seinen Ansichten. Ich kann Kuetes besorgen ohne Ende. BTLS Gang West Coast. Bang. Laut Chaco geht es um Geld, Drogen und Macht. Aber vielleicht ist der Nervenkitzel, wenn man am Abgrund lebt, der größte Kick von allen. Peng, peng, mach die Knarre. Ich saß letztens erst im Knast wegen irgendeinem Bullshit. So ein Taskforce-Arsch will uns immer ausknipsen. Ist mir scheißegal. Ich lasse die Kamera laufen. Ich habe dich groß im Bild. Schön lächeln, Kumpel. Läckle in die Kamera, Baby. Mein Baby kippt um. Mein Sohn ist ohnmächtig. Wo ist der Wichser von Sart? Ganz ruhig, Jungs. Nicht aufregen. Tu mein Telefon in meine Tasche. Steck mein Handy in meine Tasche. Kack's in meine Tasche. Schön lächeln, Junior. Ihr Arschlöcher, ihr blöden Wichser. Das ist mein Sohn. Ihr könnt Fotos machen, aber ich nehme ihn jetzt mit. Weg vom Auto, los. Tretet vom Fahrzeug zurück. Du kannst doch von hier aus filmen. Ich will wissen, wieso ihr meinen Sohn ins Gefängnis bringt. Wo ist der Sergeant? Wo ist das Arschloch von Sergeant? Motherfucker. Sohn sagt, ha ha. Also ich kiff ab und zu. Was? Kein Stress, keine Stängel, keine Stiede. Sonst nichts. Keine Zigaretten, kein Alkohol, nix von dem anderen Scheiß. Mach ich nicht. Gehst du zu nah ran, würdest du denken, dass es ein ganzer Baum ist. Ist es aber nicht, nur ein Wurst. Gras sensibilisiert deine Sinne. Geschmack, Geruch, Gehör. Was du siehst, alles. Das ist keiner gewohnt. Kein Mensch ist an so reine Sinneswahrnehmungen gewöhnt. Und dann musst du kichern und lachen, als ob du erkennst, was um dich rum ist. Du siehst Dinge, wie sie sind. Was ist denn das? Muffiger Korndog? Was ist das für ein Scheiß? Was rauchst du da, muffigen Korndog? Die Polizei löcht dich ein wegen muffiger Korndog rauchen. Man kann Gras nicht überdosieren, Mann. Wann hast du schon mal von einem auf dem Sterbebett gehört? Nigger, ich hab zu viel Gras geraucht. Scheiße, ich sterbe. Das passiert nicht, Mann. Vergiss es. Stress müsste verboten werden. Gras? Ja, damit. Das ist gut. Eines Tages kamen zwei Gangmädels zu mir. Hey, Chaco, wir brauchen ein bisschen Geld. Gut, ich zeig euch, wie ihr an Geld kommt. Aber zuerst erledigen wir einen Halle, einen Job. Ich zeig euch, wie das geht. Die beiden wollen also vollwertige Gangmitglieder sein. Ich nehme sie mit in dieses verfeindete Ghetto. Ich also direkt zu ihrem Hauptquartier die Treppe ruf. Die Mädels hinter mir. Und die, oh Gott, was tun wir hier? Die bringen uns um. Und ich, hey Leute, alles klar, gib mal einen Schluck Bier. Ich gehe also die Treppe bis ganz nach oben, ziehe meine Knarre, erschieße alle und gehe wieder weiter. Alles Feinde. Die dachten nicht, ich wäre einer von ihnen. So macht man das. Zum Wagen gehen. Rennt nicht zum Wagen. Ich zeig euch, wie ein Gangster das macht. Solche Sachen. So erwirbt man sich einen Ruf, wird richtig bekannt. Und sie sagen allen Homeboys, guckt euch das an. Dieser Typ geht einfach ins Viertel der Feinde, schüttelt denen die Hände, steigt die Treppe rauf, zieht seine Knarre und erschießt sie alle. Dann geht er seelenruhig die Treppe wieder runter zum Auto und stolpert nicht mehr. So macht man sich einen Namen. Dann heißt es, der ist total verrückt und die Homeboys erkennen das an. Die respektieren Angst, die respektieren den Tod und sie respektieren jemanden, der das ohne Probleme liefern kann. Das Gesetz ist das eine, aber es gibt richtig und falsch. Es geht nicht um Hass, sondern um richtig oder falsch und die Wahrheit. Unser Land verfällt sehr schnell. Und nicht, weil die Welt versagt, sondern weil die Menschen versagen. Man guckt fern, Sportsendungen und so. Und wie oft stellt sich raus, dass ein Sportlein vergewaltigt ist. Und trotzdem haben alle sein Bild an der Wand und halten ihn für einen guten Kerl. Was für eine Welt ist das? Je mehr Leute einfahren, desto schneller zerfällt das Finanzsystem. Wenn das so weitergeht, komme ich schließlich raus, weil die es sich nicht mehr leisten können, mich hier zu behalten. Das sind Symbole für das, was ich bin. Im Grunde für einige ein Ungeheuer, für andere ein Sohn. Die Sechsen stehen für etwas. Kugelbitze, Hakenkreuze, das sind alles Siegeszeichen. Das bin ich, clean und trocken. Und die Pentagramme und das alles sind Symbole für die fleischliche Geburt der Sünde. Das sind Ziele, Daten. Das sind Zeitpunkte der Geschichte. Aus meinem Mund wird nie ein Wort der Reue kommen, weil ich nie was getan habe, was ich als Unrecht empfinde. Hier in Watts, wo Gangs gefürchtet und respektiert, gehasst und beneidet werden, hat der italienische Immigrant Simon Rodia aus Stahlschrott und kaputtem Glas diese gedrehten, fallischen Türme gebaut und ein kunstvolles Symbol geschaffen. Für Freiheit, Entschlossenheit, Leidenschaft und Einigkeit. Viele Frauen gehören zu Gangs und lieben und bewundern ihre Geliebten wegen genau dieser Werte. Das sind die Frauen von 2, 1, 3. Man, ich liebe echte Frauen. Frauen, die mich verstehen und Humor haben. Und schöne Lippen. Ich meine, manchmal willst du den Schädel eingeschlagen kriegen, aber manchmal willst du es sehr romantisch und sancht. Und er kann beides. Wir machen gleich ein bisschen rum. Ich liebe Zone. Ich bin verrückt nach diesem Typen. Ich habe einen Mitgliedsausweis. Ich bin da reingeboren. Das ist unser Zuhause und wir sind stolz darauf. Das ist nicht so eine Gang, wie alle denken. Naja, ich sehe das bestimmt so rosig. Die hässliche Seite kriege ich ja nicht mit. Ich sehe nur die schönen Dinge. Gangster sind für mich keine gewalttätigen Typen, verstehst du? Die sind wie Brüder für mich, alle. Hast du seine Brust gesehen? Das da finde ich toll. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist sexy. Und das hier? Lächle jetzt oder später. Das ist seine Persönlichkeit. Das ist Zone. Er wird nie ein Depri schieben. Und seine Musik. Alles echt unverfälscht. Das kann man nicht nachmachen. Lass uns lieber jugendfrei bleiben. Vielleicht gucken Kids zu. Zone. Das ist der heißeste zurzeit. Hier können wir nicht aussteigen. Ist vielleicht eine drogenfreie Zone, aber wir ziehen trotzdem meinen durch. Ich gehe am liebsten hin. Heute ist ihn wohl tan. Hat aber nicht geklappt. Er hat seinen eigenen Style. Ich stehe auf ihn. Sein Flow ist makellos. Hier ist das Rips. Wartekiller. Hier bin ich. Eine ganz andere Gegend. Sie ist aus Maryland. Hier draußen. In einer ungewohnten Gegend. In einer ungewohnten Welt. Und macht ungewohnte Sachen. Mit einem nicht ungewohnten Negger. Da ist sie ja. Sie ist dick. Was geht, Baby? Was geht? Alles klar? Ja, alles klar. Ich stehe auf alle Ladies. Er hat was von einem Zuhälter. Und die stehen auf mich. Ich bin von Crenshaw-Mafia-Gangstern aufgezogen worden. Bei den Imperial Village Trips die Straße runter. Gangmitglieder machen wohl vielen Angst, weil sie nach ihren eigenen Gesetzen leben. Sie müssen ihre Probleme selbst lösen. Das tun sie mit Gewalt. Genauso wie Armee und Polizei. Ich weiß die Verjährungsfrist bei manchen Sachen nicht. Aber ich war beteiligt an ein paar Brandstiftungen. Ich war beteiligt an schwerem Autodiebstahl. Ich war beteiligt an wahrscheinlich einigen Fällen von... Ich weiß nicht, ob die Person ermordet wurde oder nicht, weil man ja nicht wirklich in der Nähe bleibt. Ich bin verhaftet worden, aber ich war nicht im Gefängnis. Guter Anwalt. Und wenn ich mir einen Freund aussuche, ist das meistens einer, der was von einem Verbrecher hat, weil ich das kenne und drauf stehe. Und da kommt Zone ins Spiel. Der öffentlichen Ruhestörung gewidmet. Hawaii ist großartig für Gangs und Gras. Genau das, was Zone liebt. Vielleicht passiert was. Das Hawaii-Projekt vor laufender Kamera. Das Ghetto in Honolulu. Die haben getönte Fensterscheiben, die Motherfucker. Hier will ich leben. Denn ich bin von den Jacks. Nicht das P durchstreichen. Frauen werden so erzogen, dass sie einen Beschützer wollen. Jemanden, der sich um sie kümmert. Und ein Gangster ist der Inbegriff von Schutz. Gangster lassen nicht zu, dass irgendjemandem, den sie lieben, was passiert. Darum liebe ich Gangster. Das war's. Ich habe eine kleine Dummheit begangen. Als ich ungefähr 17 war, habe ich ein paar Leute erschossen. Ich hatte Todesangst und dachte, Mann, du bist erledigt. Alle haben über mich geredet. Ich dachte, ich kriege lebenslänglich. Das ist eine böse Sache. Dann laufe ich an so einem Rekrutierungsbüro vorbei und ein Typ zieht mich rein und sagt, hättest du nicht Lust? Onkel Sam braucht dich. Und ich dachte, cool, das ist der Ausweg. Dann hatte ich diesen schweren Autounfall. Überall Kokain. Kam in den Knast. Die haben mich abgeholt und ich wurde unehrenhaft aus der Army entlassen. Und dann war ich wieder zurück in der Drogenbranche. Das ist meine Frau Norma. Sie hat meinen Namen siebenmal auf ihrem Körper. Ich habe meinen Mann im Gefängnisbus kennengelernt. Seitdem sind wir unzertrennlich. Sie ist eine lebende, hingebungsvolle Frau. Da war so ein kleines Loch in der Zellenwand und er brüllte rum. Aber er meinte eine andere Gangbraut, die mit war. Er redete mit ihr und alles, was man sah, war in seinen Augen. Und er sagte, komm, lass mich. Weißt du was, ich brauche sowas nicht. Ich will nur vor Gericht gehen und dann so schnell wie möglich raus hier. Er war so hartnäckig. Und er musste ganz zur Rückseite des Busses gehen. Und die ganze Zeit sagte er zu mir, dass er unbedingt mit mir reden muss. Und seit diesem Tag sind wir unzertrennlich. Ich habe ihn am 3. Januar 1995 kennengelernt und am 31. Januar waren wir verheiratet. Mir war es egal und ihm war es auch egal, was die Leute sagen. Es hatte keine Bedeutung. Es hat bis heute keine Bedeutung für uns. Es ist unwichtig, was irgendjemand sagt. Wir stellen uns einen Dreck drum. Er ist meine große Liebe, mein Seelenverwandter, mein bester Freund. Wie er immer sagt, nur du und ich, bis die Rede abfallen. Er ist in jeder Hinsicht. Ich kann sagen, er ist alles, was ich je wollte. Alles, was ich mir je gewünscht habe, ist mein Herzenswunsch. Er ist mein Schöner und mein Biest. Und ich meine, es ist egal, ob er 50, 60, 80, 20, 30, 40 Jahre sitzt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich liebe meinen Mann. Ich liebe meinen Mann. Für mich kommt Sieg von Yahweh. Was bedeutet Sieg für dich? Wir errichten das Königreich. Was Yahweh betrifft, ihr Amerikaner könnt ja bei euren Gebeten bleiben. Betet, was immer ihr wollt. Ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding. Gott ist nicht für jeden. Ich liebe seine Persönlichkeit. Er ist süß und gleichzeitig verrückt. Ich mag böse Jungs. Aber er ist einfach nett und wirklich klug und er sieht gut aus. Ich liebe seine Tattoos und dass er so groß ist. Dieses Klischee, dass wir Nigger hassen und so, ist lächerlich. Ich hasse weder Nigger noch andere Rassen. Ich glaube nur, dass sie anders sind und ich will sie nicht in meinem Haus. Das Aussehen sagt nichts. Es sind diese stillen Leute, die man beobachten muss. Und die können aussehen, wie sie wollen. Vielleicht bin ich süß, aber am Ende kriege ich dich, wenn es sein muss. Wie hast du ihn kennengelernt? Ich kenne Willy seit Jahren, schon bevor er ins Gefängnis kam. Ich kenne ihn durch seine Frau. Witzig, so habe ich meine Freundin auch kennengelernt. Ich war ungefähr 14. Wie fühlt sich das an? Ganz okay. Ist es nicht so unscheinbar? Nein. Er erfüllt mich emotional und spirituell. Er bringt mir Dinge über die Bibel bei und dass ich meinen Kindern was beibringen sollte. Sie sind wundervoll. Ich liebe sie und würde alles für sie tun. Ich glaube, Gott hat uns zusammengeführt, damit wir meine Kinder aufziehen. Ohne einen falschen Gott, Kirchenkram oder so. Gott sagt nicht, du darfst nicht töten. Deinen Bruder sollst du nicht töten. Er machte die zehn Gebote und befahl Moses, den Israeliten zu sagen, das sind wir. Man bestieh seinen Bruder nicht. Liebe deinen Nächsten. Das sind wir. In der Bibel geht es um Krieg, um Gewalt, Töten und Krieg. Interessant. Nur deine Brüder nicht. Er sagt, ich bin wie frischer Schnee. Ich bin sehr rein. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Da ist das Blut drin, das Willie mir geschenkt hat. Ich habe es hier reingetan und den Rest getrunken, sodass er durch meine Adern fließt. Ich habe so viele Heinas gefickt, unglaublich. Hey Baby, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Ich liebe dich. Du bist mein Mann für immer und ewig. Ich liebe dich, Baby. Hey Cholo, mir ist heute so nach schmutzigen Dingen. Ich und meine Freundin LaLoca sind gerade richtig umgezogen. Ich warte hier auf dich, du Arschloch. Wenn du dich nicht endlich um dein Kind kümmerst, wirst du dein Baby nie wiedersehen. Das ist diese Bitch aus Compton. Ich bin eben ein scheiß Mexikaner aus Califas. Hier in Kalifornien im Südwesten wird es immer Mexikaner geben. Wir vermehren uns wie die Kanicke, schon in jungen Jahren. Ja, ich bin ein scheiß, schon. Vivan lo que yo he vivido, sufran lo que yo he sufrido. Vense bien en el espejo, quien quiera tumbar mi puesto. Erenita, en me desahogarme. Siento que me arre la sangre. Siento que me arre la sangre. Gangs, guck mal, was diese Mexikaner machen. Die arbeiten doch nicht. Das haben sie auch immer über die scheiß Iren, Juden und Italiener gesagt. Sie denken nur in Klischees. Nennen uns den Abschaum der scheiß Welt. Bist du der Abschaum der scheiß Welt? Das war ich und vielleicht bin ich's. Eine Waffe verleiht Macht und Gangmitglieder benutzen Waffen, um mit dem Verkauf illegaler Drogen Geld zu verdienen. Sie stillen einem Bedarf der Gesellschaft, getreu dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Aber viele Gangster haben noch andere Talente. Mein Dad-Mann ist einer der wenigen echten Nigger, macht alles klar in den Straßen von Pasadena. Und das hab ich von ihm. Ich war da draußen, boom, boom, Nigger, wie beim Baseball, Nigger. Das ist gar nichts. Ich zieh meine Scheiße durch, sieht man ja an meinen Videos. Ich geb mich nur mit den Besten ab. Mingling amongst the best. Wir sind 99, boys. We represent Jack. And this 99-Cent-Menu. Heard that? Jack's my man. Serving up all sorts of tasty Eats. For 99 Cent. Like his Jumbo Jack. It's got mad flavor. And it's always served hot. Cause he don't make it. You order it. Look at those fools. I ain't eating nothing that costs 49 Cent. Word. Ich hab nen Agenten. Ich bin auf der Bühne, vor und hinter der Kamera und im Fernsehen, Mann. Wie viele Strophen und wie lang? Drei Strophen, aber die erste ist 20 und die anderen beiden 16. Okay. Gut. Ist da noch Platz, dass er scratchen kann? Wo? Am Anfang? Am Anfang. Ich überlasse das dir. Mach was du willst. Worum geht's denn? Party-Scheiße? Das meiste geht um Party, hm? Nee, darum, wie die das so drehen, dass wir von der West Coast angeblich nix auf die Reihe kriegen, verstehst du? Ich werd's den Motherfuckern zeigen, dass wir's packen. Sobald du die Scheiße anmachst, geht's ab. I'm about to turn this motherfucker out and show these motherfuckers what the West Coast's about. The West Coast is on. Ich hasse dieses scheiß Ghetto und das weiß er auch. Weil ich weiß, wer die sind, was die gemacht haben und wozu die fähig sind. Das war das Büro von meinem Mann. Da wartete er darauf, dass sie ihre Abgaben bezahlen oder die Drogengelder abgeben. Eben alles, was die Gangaktivitäten betraf. Hier hat er das gemacht. Er hatte noch zwei Kumpel, die immer dabei waren. Das Büro war sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet. Das war ein ständiges Kommen und Gehen. Die hätten eine Drehtür gebraucht. Der Mann hat sein Geld gekriegt. Immer. Er war immer beschäftigt. Und jetzt sollten wir lieber gehen. Er ging da einfach rein und sagte, die Miete ist fällig. Hast du mein Geld? Wenn nicht, komm vorbei und rede mit mir. Oder ich komme dann und dann wieder. Schuldest mir so und so viel und verschwende ja nicht meine Zeit. Manchmal werden hier Leute vom Balkon gestoßen. Hier passiert eine Menge schlimme Scheiße. Das Schlimmste vom Schlimmen. Die Leute hier sind einfach. Mexikaner schlagen sich mit Mexikanern und siehst du, da, das ist die 18. Straße. In Stronger Arms ist immer irgendwas los. Da gibt es alles, vom Drogendealer bis zum Zuhälter. Ich meine, da passiert immer was. Schlägereien, Mord. Ich würde sagen, hier findest du die schlimmsten Gangster und die dreckigsten Gangster. Weil es ja auch viele Vergewaltigungen gibt. Gewalt überall. Gewalt und Drogen, Geld und Dope und... Ich würde sagen, die Wurzel allen Übels. So kleine Dealer, die ihm Geld schulden. Da geht er da hin und du weißt schon, packt sie ein bisschen härter an. Dann schüttelt sie wie Ratten und dann... Baby, ich hab dich am Arsch. Verstehst du? Logisch, dass sie sich irgendwo verkrochen haben. In irgendeinem ausgeklügelten Versteck. Aber er findet sie und dann... Na ja. Oh well. Meiner Frau und mir ging's richtig gut. Dealen, Abgaben kassieren und so. Wir hatten ein gutes Leben. Dann kam diese scheiß Crack-Uhrer, diese crack-süchtige Prostituierte zu uns. Sie wusste also, wo ich wohne und sie... Da unten wartet dieser Typ, der will mich zur Bank fahren, damit ich diesen Scheck einlösen kann. Aber er fährt mich nicht, wenn ich ihn nicht vorher Dope besorge. Kannst du mir für 40 Dollar Crack leihen? Und ich, ich kenn dich nicht, was willst du von mir? Und sie, ich geb's dir sofort danach zurück, versprochen. Pass auf, ich lass dir mein Kind als Pfand hier. Dann weißt du, dass ich bestimmt zurückkomme. Und sie lässt ihren Sohn einfach an meiner Haustür stehen. Und ich, das ist doch krank. Aber meine Frau sagt, nein, nein, gib mir den Kleinen. Hier, ich mach das schon. Was hätte ich denn machen sollen? Ich konnte doch nicht... Ich mein, die Mutter haut ab, verstehst du, und lässt ihr Kind zurück. Jetzt hatte ich ein Kind in meinem Wohnzimmer. Schmutzig. Und seine Mom? Ich wusste nicht mal, wie die heißt. Haut ab. Hätte auch sein können, dass es gar nicht ihr Kind ist. Und dann demoliert das Kind mein Haus. Sie hat das Kind zwei Tage bei uns gelassen. Sie frisst alles auf und die Schweinerei in meinem Kühlschrank. Und ich hätte schwören können, dass ich das Girl nie aus den Augen gelassen habe. Verstehst du? Ihr Mann, oder Ex-Mann, oder was weiß ich, war Mechaniker und wohnte in Santa Monica. Zwei Tage später hämmert er an meine Tür mit der Cracknutze im Schlepptauch. Er hatte sie wohl verprügelt, weil sie den Jungen einfach abgestellt hat. Er steht also vor meiner Tür mit einer Pistole und sagt, ich will meinen Sohn. Die ganze Scheiße geht auf sein Konto. Ich meine, ich kenne solche Leute nicht. Ich nicht, er. Mann, du kannst deinen Sohn ja haben. Ich will nicht mal die 40 Dollar. Das Kind hat meinen ganzen Kühlschrank verschlungen. Mann, das war unwirklich. Das war echt krass. Mir sind schon Sachen passiert, die man nicht glaubt, wenn man nicht dabei war und die Scheiße mit eigenen Augen gesehen hat. Das war seine Schuld. Ja, das war seine Schuld. Das war seine Schuld. Ich will nichts und niemand anderen. Ich will meinen Mann. Ich will, dass er nach Hause kommt. White Power Ich will, dass er nach Hause kommt. Ich will, dass er nach Hause kommt. Ich will, dass er nach Hause kommt. Viele Brüder und die meisten meiner Freunde sind Junkies, Heroin und sowas. Ich stehe auf Speed, total. Aber deswegen bin ich hier gelandet. Bis zum nächsten Mal. Ich war im Knast. Ich habe eine riesige Entschädigungssumme bezahlt. Damit ich meine Kinder sehen kann. Ich war ein Jahr da. Ich war in einem Sonderprogramm. Und wenn ich Probleme gemacht hätte, hätte ich nicht mehr zwei Stunden pro Woche mit meinen Kindern spielen dürfen. Wenn mich also jemand belästigt hat, hat sie das immer für mich erledigt. Also sie war nett. Und ich habe ihr Lesen beigebracht. Sie war um die 40 und konnte nicht lesen. Meine Kinder wurden zu meiner Mutter gebracht, weil mein Drogentest positiv war. Ich war auf der Flucht, weil ich schon wegen anderer Sachen Schwierigkeiten hatte. Meistens Drogendelikte. Es gab mehrere Haftbefehle. Dann bin ich zurück zu meiner Mom, habe meine Kinder entführt und bin mit ihnen abgehauen. Als ich verhaftet wurde, habe ich darum gebettelt, dass meine Kinder wieder zu meiner Mom kommen. Ich habe sie so vermisst und ich hatte es satt, so zu sein. Ich wollte schon immer Kinder, aber dann kam mein Drogenproblem dazwischen. Als ich dann clean war, nahm ich mir vor, es richtig zu machen. Und nach meiner Entlassung habe ich mich geändert. Ich bin Einserschülerin. Ich stehe auf Schule. Ich möchte gefährdeten Jugendlichen helfen, zum Beispiel von Drogen wegzukommen. Alles für sie tun, damit sie wissen, es kümmert sich jemand. Ihnen zeigen, wie man ein gesundes Leben führen kann, egal welche Hautfarbe sie haben. Puh, Scheiße. Ich bin so oft verhaftet worden. Mindestens 30, 40 Mal. 30 bis 40 Mal? Ich wurde verurteilt wegen bewaffneten Überfalls mit schwerer Körperverletzung. Und Schusswaffengebrauch gegen ein besetztes Fahrzeug. Und Schusswaffengebrauch bei einem Auftragsschwerverbrechen. Hast du es getan? Ja. Ja, verdammt ja. Ja, ich habe es getan. Achteinhalb Jahre Staatsgefängnis. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Nicht nur was kriminelle Sachen betrifft, sondern auch auf intellektueller Ebene. Herbstsemester, Philosophie 106, Psychologie 101, Geografie Labor, Geografie Vorlesung. Er ist ein scheiß Moralist. Er war so... Also diese Sache mit Gott. Sigmund Freud, also der Motherfucker, war echt ein kranker Wattor. Aber da gibt es viele Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Das, was ich in Psychologie lerne, wende ich sogar an, ganz bewusst. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ich habe euch im Auge, ihr Wichser. Ich habe alle negative Energie um mich beseitigt. Wisst ihr Bescheid über negative Energie? Hier gibt es viel davon. Das kann ich fühlen. Aber das macht nichts. Und wisst ihr auch warum? Das prallt an mir ab, weil ich positive Energie habe. Ich bin positiv. Negative Energie ist ein Nichts. Was gibt's? Das ist aber lang. Ah, ist schon okay. Ja. Sein Haar geht bis zum Rücken. Ja, können wir machen. Was ist mit den Spezialsoßen und Nährstoffen? Wo ist die Spezialmischung? Ich will auch ins Fernsehen. Nicht schon wieder. Komm, das andere Lied, sing das andere. Komm schon mal. Nimm ihn in die Arme, leg ihn hin und streichel seinen Rücken. Schlaf jetzt. Schlaf jetzt endlich. Der schreit den ganzen Tag. Ich liebe Kids, aber... Guck mal, was er macht. Er ist mir aus dem Arm gehopst. Der spinnt. Das reicht. Hib ihn hoch. Hib ihn hoch. Mache ich ja. Er will nicht. Das ist nicht witzig. Bist du berühmter als 50 Cent? Nein. Noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Als ich im Gefängnis war, wollte ich heiraten. Wir würden uns schneiden, das Blut mischen und trinken. Finde ich sehr spirituell. Hoffentlich kriegen die nichts mit. Meine Schwester hat das auch. Ich hab meine Hosen. Zwischen Mitternacht und einer Minute nach 0 Uhr. Meinst du, 0 Uhr reicht? Serena sagt, sie steht um 0 Uhr auf, also los. Raus damit, wir machen das Radio an. Das ist das Lieblingslied meiner Kinder. Darf ich singen? Nein. Das ist das Lieblingslied. Das ist das Lieblingslied. Noch mal, noch mal, noch mal. Mami, ich liebe dich. Ich dich auch. Und hier ist der Ehering von deinem neuen Ehemann. Was macht ihr da? Fuß holen, Mädels. Aufgeregt, Mäuschen? Sarahs und Willys Hochzeit. Sie lieben ihn. Sie nennen ihn das Monster. Er sagt, er liebt dich. Ich liebe ihn auch. Sie haben sogar sein Bild mit in die Schule genommen, mit dem Hakenkreuz und so. Das haben sie rumgezogen. Das haben sie rumgezeigt. Niedlich. Sie wollen ein Foto. Wirklich? Wer wird als Trauzeuge unterschreiben? Meine Schwester. Wir lassen Randy nicht raus. Warum nicht? Wir haben Einschluss, Rassenaufstand und alles. In diesem Hof. Wieso? Weil die sich schlecht benommen haben. Die haben Hausarrest. Wenn man Hausarrest hat, muss man im Haus bleiben. Hast du Hausarrest? Nein. Ich nicht. Warum nicht? Weil ich artig bin. Schwer zu glauben, oder? Erzähl mal. Warum? Nur so. Gefallen dir meine komischen Zähne? Das ist für die Braut. Wir sind soweit. Wir sind hier gemeinsam erschienen vor Gottes Angesicht, um diesen Mann und dieses Weib in der heiligen Ehe zusammenzugeben. Nimmst du diese Frau als dein rechtmäßiges Eheweib? Gelobst du sie zu lieben, zu trösten, zu ehren und zu behalten in Krankheit und Gesundheit und alle anderen dich begebend, zu ihr allein dich halten, solange ihr beide lebt, so antworte mit Ja. Ja. Mit großer Freude erkläre ich euch nun zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Die Gangmitglieder von 213 leben an den Rändern der amerikanischen Gesellschaft, inklusive Aufwägung und Nervenkitzel. Aber man sagt, die Polizei hat es leichter als die Verbrecher, denn dem Kriminellen muss es bei jedem einzelnen Verbrechen gelingen, nicht erwischt zu werden. Und die Polizei muss es nur einmal schaffen, den Verbrecher zu schnappen. Raymond Washington gründete die Crips 1969 im Alter von 16. Und an dieser Ecke, 64. und St. Pedro Street in L.A., wurde er erschossen. Jeder muss irgendwann sterben. Knast ist etwas, aber es ist nichts, verstehst du? Du könntest immer auf die Homies treffen im Knast, verstehst du? Zone ist der heißeste Zeit heute. Ich erzähle euch ganz kurz von diesem beschissenen Polizeibericht. Er ist dafür da, damit die Unterlagen von meinen Aussagen über die aufgeführten Verdächtigen haben. Also ich und meine Freunde. Okay, passt auf. Hey, da sind meine Homegirls. Genau, danke. Jederzeit. Die auf dem Beifahrersitz, die macht Druck, zuckt die Beine breit. Die Weiber sind so 10 Jahre älter als ich. Und ich hab sie gefickt, da war ich 13. Und sie 23. Was sagst du dazu? Naja, egal. Sie hat den Wichsern erzählt, dass sie tierische Schulden hat, reichlich Kreditkarten überzogen. Haufenweise unbezahlte Rechnungen und so. Sie hätte gestohlen in der Hoffnung, mit dem Geld ihre Schulden bezahlen zu können. Sie brach durch ein Hoffenster ein. Die Bitch ist echt ein Profi. Da ist mein Nigger. Das ist mehr da drüben. Alles klar, Ninja? Warte mal, ich muss mal eben guten Tag sagen. Was geht, Bro? Alles klar? Was machst du denn da? Ich mach grad alles fertig für die Dokumentation. Machst du einen schönen Burnout für mich, oder was? Schön mit Handschuhen, Nigger, wie bei O.J. Simpson. Wie in O.J.'s Haus. Handschuhe, Brecheisen, fehlt nur noch der Bronco. Du hörst die Sirene in den Straßen. Drauf Geschissenblatt. Am Arsch. Eins weiß ich. Nach dem hier. Nach diesem Scheiß. Mach ich garantiert nichts mehr, was mich dahin bringt, Grenzen zu überschreiten, Wege zu gehen, die mich nur in Schwierigkeiten bringen. Besitz, Verkauf und Handel, naja, da kriegt man schon ein paar Jährchen. Es gab Eastside, es gab Dogpatch, es gab Segundo, Paramount Barrio. Unser Alltag war Schuleschwänzen, high sein und mit den Homies abhängen und immer über die Schulter gucken. Aufpassen, dass keiner von unseren Gegnern vorbeikommt und irgendeinen Versuch startet. Es lief immer auf dasselbe hinaus. Man kriegte eins auf die Fresse. Meistens war einer tot. Unterm Strich ist es egal, wie man es bekachtet. Tod ist Tod. Gott, es waren so viele. Mein Kumpel Little Cisco wurde getötet. Er ging zu diesem Auto und sagte, woher er kommt, und die waren von einer anderen Gang. Er war so groß wie ich, ein bisschen dünner. Die haben ihn einfach weggepustet. Er flog in die Luft. Meine Freundin Little Becky Blair, sie hat eine Überdosis genommen. Aber es kommt alles von derselben Scheiße. Hat alles mit den Gangs zu tun. Sie ließ eine wunderhübsche Tochter zurück, die genauso aussieht wie sie. Wer hat sie aufgezogen? Die Großmutter. Ihr Vater, mein Freund Pretty Boy, ist auch an einer Überdosis gestorben. Vor zwei oder drei Jahren. Mehr Verwandte hat sie nicht. Sie kommt klar. Viele Rechtsextreme reden von Herrschaft und Herrenrasse. Das ist eine Tatsache, verstehst du? Aber damit geht die Verantwortung einher, nicht nur besser zu sein, sondern noch besser. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage das nicht, weil ich sechs Männer umgebracht habe. Das war ein Irrtum, ein Fehler. Das war meine Dummheit, mein Mangel an Erkenntnis, meine Ungedrückung. Das hat keine Zukunft. Keine dieser Hassbotschaften hat eine Zukunft. Es geht um Botschaften. Glaube an dich selbst. Übernimm die Verantwortung für das, was du bist. Werde ein besserer Mensch. Viele weiße Gangs in Kalifornien bauen auf die falschen Persönlichkeiten, auf falsche Ansichten. Wir leben in einer Welt, wo wir allen beibringen, dass man nicht wie die Schwarzen essen und trinken soll. Aber Heroin von ihnen kaufen geht anscheinend. Ich weiß nicht, was das soll. Man braucht keine Gewalt, um Probleme zu lösen. Sun Tzu sagt, das ist der letzte Ausweg. Das ist nicht mein Ding, all die Sachen, die da passieren. Darum mache ich da nicht mit. Früher war ich Nazi-Lowrider. Jetzt bin ich einfach grumpy. Wenn es soweit ist, werde ich gehen. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Das System der Gefängnis-Gangs vernichtet dich. Zerstört dich. Von innen aus. Und dann wirst du zu dem, was du hast. Ich würde eher gegen jeden kämpfen, als einer von ihnen zu werden. Auch wenn ich die meisten von ihnen liebe. Auch wenn sie mich töten werden, wenn sie mich sehen. Aber so ist es nun mal. Ich würde mein Barrio nie verleugnen. Egal wie es mir geht, nie würde ich meinem Ghetto den Rücken zu kehren. Das Viertel bin ich. Schluss aus. Das sind Sergio Pedia und Armando Hernandez. Bringen Sie sie rein. Kommen Sie. Gehen Sie um den Tisch des Strafverteidigers. Ich verweigere die Aussage. Ich verweigere die Aussage. Räumen Sie den Tatbestand ein. Kommen wir zur Bemessung des Strafsatzes. Zu 245, eine geringe Strafe von zwei Jahren. Weiterhin Tatbestand 1171.12. Das ergibt zusammen vier Jahre. Sie geben 12022.5 zu. Hier eine Strafzumessung von drei Jahren, die im Anschluss anzutreten sind. Was eine Gesamtstrafe von sieben Jahren ergibt. Eine Wiedergutmachungszahlung von 1000 Dollar wird auferlegt. Plus Gerichtsgebühren, plus 1000 Dollar Strafe wegen Verletzung der Bewährungsauflagen, die unverzüglich zu entrichten ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erstmal ein Rauchen. Das Gras ist gut. Du weißt schon, wie Mädels, die vergewaltigt worden sind, vor Gericht auftauchen. Im wohlanständigen Kostümchen mit Perlenkette, Hornbrille und so. Ganz auf Streber getrimmt. Mit einem Augenzwinkern. Du musst dich ein bisschen strebermäßig verkaufen. Mit einem Augenzwinkern. Ich werde vor Gericht sagen, ich bin ein ehrlicher, gesetzestreuer Bürger der Vereinigten Staaten. Ich befolge die Regeln. Sogar auf der Straße gehe ich schön geradeaus. Ich trete nicht auf die Fugen. Ich bin ein sehr ehrlicher Mann. Und noch nie in meinem ganzen Leben als schwarzer Mann habe ich sowas gemacht, wie all die anderen schwarzen Typen. Niggerknie zusammengepresst, Hände gefaltet, als ob ich vergewaltigt wurde. Fickt euch. Mir geht's gut, wie immer. Ganz in schwarz, Project-Style. Mein Mädchen hat mir freshe Cornrows gemacht. Den Schmuck habe ich wieder rausgemacht, damit ich ganz unschuldig aussehe. Weil ich unschuldig bin. Man weiß ja, wie das ist. Ich will nicht in dieses Klischee passen. So läuft das eben. Guck dir meine Hautfarbe an. Mir geht's super. Die haben das Strafmaß verringert. Ich muss wieder ins Bounty. Für 120 Tage, was cool ist. Weil das ist gar nichts. Das ist der zweite dieser Schläge, die das System dem schwarzen Mann gerne verpasst. Und beim dritten Mal werden sie für immer weggesperrt. Seht ihr das Leuchten hier? Das ist angeboren. Euer Sohn, Planet Pasadena, bis in den Tod. Ich hatte Hofgang. Da kamen ein paar Homosexuelle in meine Zelle. Mit Tennisschuhen, Levi's, Radios, Tabak, Kaffee, was zu essen und sogar Drogen. Sie sagten, das ist ein Willkommensgeschenk von deinen Homies auf dem Hof. Sie haben gehört, dass du vom Bezirksgefängnis hierher verliebt wirst. Ich ging also auf den Hof und dachte, das ist ja cool. Die richtigen Gangster sind im Loch. Was machst du, wenn du die Typen treffen willst? Du packst dir Tabak, Rasierklingen, Messer und Drogen in den Arsch und gehst da hin. Und wie kommst du da hin? Dann suchst du dir auf dem Hof einen, der nervt. Du schnappst ihn dir, wenn ein Wächter hinkommt. Oder du suchst dir einen, der auf der Abschussliste steht. Du besorgst dir eine Waffe, ein Messer oder so und machst ihn fertig. Dann gehst du zurück ins Loch und die sagen, hey, vielen Dank, der Typ hat genervt. Den hatten wir schon lange auf der Liste. Und dann sagt man, ich würde euch gerne kennenlernen. Ich schaue zu euch auf, Leute. Und die dann, oh ja, herzlich willkommen. Hör zu, dieser Hof wird nicht korrekt geleitet. Wenn die dich aus dem Loch rauslassen, übernimm du doch da die Führung. Hier sind ein paar Telefonnummern. Steck sie dir hinten rein. Wickel sie in Plastik und schieb sie dir in den Arsch. Ruf da an. Die versorgen dich mit Drogen. Die verteilst du dann im Hof. Als ich diese Mafia-Typen gesehen habe, dachte ich, wow, die haben wirklich Macht. Die haben so eine Aura, verstehst du? Die sind aspekteinflößend. Die Leute haben Angst vor ihnen. Und weißt du warum? Das sind Männer mit Herz und Verstand und sie haben große Macht. Ich will so sein wie sie. Das sind die ultimativen Gangster von der Mafia. Es geht um Geld, Habgier und Mord. Wenn die meinen, dass du nicht mehr nützlich bist, sagen sie jemandem, umarme den Mann mal zum Geburtstag. Das heißt, bring ihn um. Verstehst du? Hey, sag dem Typen mal viele Grüße zum Geburtstag oder küsse ihn auf die Wange von mir. Heißt, leg ihn um. Weil der Typ nicht das Geld einbringt, das man auf diesen Straßen oder jenem Gefängnishof verdienen kann. Die löschen dich einfach aus. Ich durfte nur eine Stunde und er war weit weg in Corcoran. Ein, zweimal im Monat. Da war immer eine Glasscheibe. Das war echt hart. Das war echt hart. Die Motherfucker in den Nachrichten labern über Abu Ghraib, Irak und was die Wichser in Guantanamo machen. Mann, Nigger, Guantanamo ist hier, Motherfucker. Hier passiert dieselbe Scheiße. Hier in Amerika. Motherfucker. Los Angeles County, Nigger. Motherfucker mit Handschellen sitzen in Scheiße und Pisse. Pinkeln überall hin. Zwei Klos für 50 Motherfucker, die da reinscheißen. Überall Kranke. Die haben da eine nagelneue Krankheit, die heißt Staph. S-T-A-P-H, wo einem die Scheiße die Haut wegfrisst. Fuck, was soll ich dagegen machen? Und dann kam die scheiß Anti-Krawall-Einheit und der Ober-Anti-Aufstands-Arsch von denen. Und wenn ich sage Anti-Krawall-Einheit, dann sind das Typen mit Helmen, mit so einem Gesichtsschutz, verstärkten Sicherheitsanzügen und den kleinen Waffen, Schlagstöcke und so ein Scheiß. Und dann ging's ab, Motherfucker. Ihr Arschlöcher, Hände hoch, Hände hoch, stehen bleiben und die Fresse halten. Der Wichser greift mich mit einer Hand. Und das war der härteste Griff, den ich je von einer Männerhand gefühlt habe. Also mit der einen Hand greift er meine Hände, die so auf den Rücken gefesselt waren. Und mit der anderen haut er mir in die Eier. Also vergiss Guantanamo und denk nicht, dass so eine Scheiße nur in anderen Ländern passiert. Der Scheiß passiert genau hier, Motherfucker, und da redet keiner drüber. Aber ich, Sohn sagt, scheiß auf euch, Motherfucker. Scheiß auf das System. Scheiß auf das Gesetz. Scheiß drauf. Jesse Jackson, Al Sharpton. Die sind nicht für uns. Ich glaub nicht, dass die für mich sind. Diese Motherfucker haben nichts erreicht, überhaupt nichts. Im Knast frag ich die Wichser immer, ich sag, Nigger, erklär mir das doch mal. Ihr seid doch echt die Knallhaken, echte Gangster. Habt alle eine Menge Scheiße gebaut. Was ist los? Ihr erschießt das komplette Scheiß-Ghetto. Kinder, Eltern, Hunde, die gesamte Nachbarschaft. Knallt die Motherfucker ab. Dann hört man die Scheiß-Sirene, und dann kommen die Jungs im Anzug. Ihr legt die Pistolen hin und geht lebenslang in den Knast. Aber ihr seid harte Nigger. Ich frag die Motherfucker, und die kratzen sich am Kopf und sagen, ja, du hast recht. Ja, ich hab recht, Arschloch. Du hast verdammt noch mal recht, dass ich recht habe. Dazu muss man kein Raketenwissenschaftler sein. Weißt du, was ich meine? Diese Wichser knallen das ganze Viertel ab, töten alle Nigger um sich rum. Sogar ihre Homies, aber bloß keinen Polizisten. Was? Glaubt ja nicht, dass ich hier für Polizistenmorde werben will, Nigger. Ich mein nur, scheiß drauf, Nigger. Wir legen uns mit dem System an. Ihr wollt euch mit uns anlegen? Dann lasst uns das von Angesicht zu Angesicht mit diesen sogenannten Polizeikräften klären und loslegen. Nigger, ihr redet von Zeichen, ich rede von We Shall Overcome. Oh ja, wir werden euch überwinden. Dafür werde ich schon sorgen. Glaubt ruhig dran. Zone, Project Gangster, Blood, Pasadena, yeah. Sie sollten lieber nett zu mir sein. Wenn nicht, wird's Streit geben. Ich lass mir die Haare färben für die Dr. Phil Show. Ich krieg ne Limousine für die Show. Gehst du danach in L.A. zum Zahnarzt? Ja. Er hat Geburtstag und die ganze Welt wird sehen, dass ich ihn liebe. Ich kann ihm im Gefängnis nichts Schönes schenken, also wird das mein Geschenk. Ich muss kreativ sein. Leute, Dr. Phil fängt an. Mörder, Strafgefangene, Outlaws. Manche stehen auf Amerikas Liste der meistgesuchten Verbrecher. Für manche Frauen aber sind sie unwiderstehlich. Da bin ich. Ihr derzeitiger Ehemann sitzt lebenslang wegen Mordes. Was wissen Sie von ihm? Ich weiß ne Menge über ihn. Ich weiß, er glaubt an Gott, das ist mir wichtig. Unter anderem deswegen hab ich ihn geheiratet. Er liebt mich und behandelt mich und meine Kinder gut. Sehen Sie es so, dass es draußen keine guten Männer gibt oder keine, die so religiös sind wie er? Unter anderem ja. Und dass wir anderen hier draußen für Sie nicht in Frage kommen? Ich hab Probleme mit Männern hier draußen. Ich hab lieber einen Mann, der im Gefängnis sitzt, als meinen Kindern viele verschiedene Männer zuzumuten, während ich den richtigen suche. Sie meinen, er ist nicht zu Hause, also kann er mich nicht schlagen. Ist das nicht ein bisschen wenig für eine Vaterfigur? Ist es nicht besser, einen Vater zu haben, der nicht da ist, als einen, der andauernd mit der Mutter streitet? Naja, wenn das die einzigen Alternativen wären. Im Ernst, wenn ich nur zwischen diesen beiden Alternativen wählen könnte, einen zu nehmen, der mir die Scheiße aus dem Leib prügelt, oder einen, der eingesperrt ist. Wenn es nur diese beiden Möglichkeiten gäbe, würde ich den Eingesperrten nehmen, der ja dann nicht prügeln kann. Im Ernst, das meinen Sie doch, oder? Die haben den Serienkiller-Teil rausgeschnitten. Gut gemacht. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Es ist ganz gut gelaufen. Es hätte besser geschnitten sein können, aber es ist okay. Solange Willie weiß, dass ich ihn liebe, wenn er es sieht, haben wir, was wir wollten. Und dass die Kinder ihn auch lieben. Die Leute müssen aufwachen und ihre Sache gut machen. Verantwortung übernehmen. Wenn nicht, seht her. So würde euer Sohn dann aussehen. It ain't us against us, it's them against us. Let's take our armies in the hoods, mount up and go toe to toe. Some U&P-Newton, Black Panther-Type. Homey, dein Name in Leuchtschrift. Mann, check das aus. Z-O-N-E, trunk music. Y'all bang my shit like good. Wonder why we crazy. Take a look inside the hood where the cops don't love us. They love the handcuffs with the bloods and the kids together. Bet we won't rush them like good. Leave a face down in the mud. I hurt the pigs like it dirty. I can give you what you want. Head up, no bass. Take it like a man in the hood where we ride quick fast. Understand. Y'all bang my shit like good. Like good. Have a nigga, you're crazy now. In the hood. Don't talk to this thing, my shit sound good. So good. Have a nigga, you're crazy now. In the hood. Y'all bang my shit like good. They use you. They use me. Die benutzen dich. Die haben mich total ausgenutzt. Ich war hier im Cockrun, hab meine Mutter zwölf Jahre und meiner Frau zehn Jahre lang nicht in den Namen genommen. Ich bin hier im Hochsicherheitstrakt. Kein Ausgang, 23 Stunden am Tag eingeschlossen. Verlass meine Zelle nicht, hab gar nichts. Kein Körperkontakt mit meiner Familie. Einmal die Woche eine Stunde hinter Glasbesuch. Ich wurde alt. Ich sagte ihnen, ich bin erledigt. Hier habe ich das erste Mal nach zwölf Jahren meine Mutter umarmt. Endlich. Das war es wert. Er kommt nach Hause. Wie gesagt, es könnte noch 30, 40, 50 Jahre dauern. Aber er kommt nach Hause. Sie hofft, dass die Wiederholungstäterklausel abgeschafft wird. Ich habe keine Skrupel. Ich halte nichts zurück. Das ist mir egal. Ich halte nichts zurück. Morten, mein Geliebter, mein Leben, wie konntest du mich nur so verlassen? Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so. Steh auf. So, get up. Steh auf. Lieb wohl, Baby. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Ich verurteile keinen dieser Gangster, sondern lasse Gott und das Gesetz ihre Arbeit tun. Ich frage mich, welchen Weg ich gegangen wäre, wenn ich in einem der 213-Bezirke geboren wäre. Ich glaube, jeder muss tief in seiner Seele glauben. Denn ohne Glauben kann der Mensch nur verstehen, was er sieht. Über den Rand der Erde hinaus steuernd, muss ich verstehen, dass dies das wahre Paradies ist. Einige Leute, die hier lange leben, finden das selbstverständlich. Denn sie wissen nicht, was sie suchen. Aber ich weiß, da ich am Rand der Welt lebe, es ist unendlich da draußen. Die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit. Je könnt uns nicht diesen Bist 녹ren. Und wir wollen es kurz. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018